Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Drei, zwei, eins, los! Ein wilder Hengst war das. Wie du, oder? Ja. Du darfst die Braut jetzt küssen. Bist du bereit? Nein. Hey. Hoppala! Highlander! Geht ins Wohnzimmer und freut euch über unsere Schützungen aus der Ferne. Willst du mal wissen, wer dein größter Fan ist? Dein Papa. Dein Papa hat noch keine Sekunde verpasst. Dass er so mein größter Fan ist, das ist für mich das allergrößte. Ja, die Tattoos hat er natürlich auch das erste Mal gesehen, ne? Aber er findet sie super und er feiert dich einfach. Oh Mann, hi! Na, meine Mama. Wir freuen uns, jeden Abend dich zu sehen. Vor allem die letzten Wochen, als Isabelle dazukam. Hallo Isabelle! Wir sind sehr glücklich, dass es dich gibt. Oh, danke! Ich hab sie jetzt schon lieb, dass sie so viele schöne Worte an mich gerichtet hat, was mir auch sehr, sehr viel Kraft schenkt. Wir freuen uns richtig auf euch. Ich mich auch. Und danke für die Worte, wirklich! Oh, danke! Oh, danke! Oh, danke! Oh, danke! Oh, 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 oh Deutschland hat gewählt, das Sieger-Couple von Love Island. Vielen Dank.